Hallo, Wanderers Familie. Ich möchte nur sagen danke. Es war ein Freude für mich, hier zu sein. Ich habe es wirklich gefallen, jeden Tag, vielleicht nicht 14 Tage in der Quarantäne, aber es war wichtig für mich, dass ich zurückkehren, meine Team-Mate, die Staffe, die Fans und der Klub hier. Es war besonders hier, aber in der Ende habe ich es wirklich gefallen. Ich habe hier Freunde gemacht, das ist ein wichtiges Thema. Ich hatte eine sehr gute Zeit hier. Danke für das, danke für Ihren Unterstützung. Ich werde es nie vergessen, diese Zeit hier. Danke.